Die andere Seite, ja? Zeigt jetzt was er will. Im Gegenverkehr. Er dreht im Gegenverkehr. Schnappatmung. Ich glaube das nicht. Jetzt können wir nur hoffen, dass diese Ampelphase nicht so schnell losgeht. Da sehen Sie schon. So, sind wir immer noch im Gegenverkehr. Ich meine, wir sind jetzt auf der richtigen ... Was hat das sein? Was? Dann guck jetzt einfach die Stadt. Ich guck jetzt die Stadt zum Rechts. Was macht der Ding? Auf dem Kreuzung ab. Ich bin ja leider bloß. Und da ist schon wieder bloß. Ja, ich bin ja bloß. Ich bin ja nicht 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 bloß. Ich bin ja bloß. Du meinst, hier kommt 30 Meter vorne dran. Ja, das ist aber der Literaturperflicht. Wir sind am Ziel gelebt. Bis zum nächsten Mal.